Ich bin Werner Feil, ja, komme aus Stolberg, bin Präsident des Aachener Karnevalsvereins und, hallo! Monty Python, der Ritter der Kokosnuss oder das Leben des Brian. Als Kind habe ich das Colonia Duett geliebt, mit dem Do I. Oh Gott, habe ich nie zugehört. Also ich bin jemand, der sofort alles macht, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Bauernhof, mit Tieren. Nicht erfüllt, aber vielleicht kommt es ja noch. In 80 Tagen um die Welt. Genauso aufregend, wie es in den Filmen dargestellt wird. Nein. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, nein. Aber ich bin es geworden und mache es gerne. Freue ich mich, dass wir die Erwartungen der Aachener erfüllen konnten und dass wir eine tolle Sitzung abgelegt haben. Wunderbar, finde ich. Wunderbar.